Willkommen zurück. In diesem Video wollen wir uns zusammen die Verzweigungen anschauen und den sogenannten Boolean. Nachdem ich im letzten Video schon davon gesprochen habe, dass wir einen BMI-Rechner programmieren, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass wir für den BMI-Rechner überhaupt keine Verzweigung brauchen, denn der BMI-Rechner, also die Berechnungsformel für den BMI, die unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen. Fragt mich nicht, wie ich drauf komme. Ich werde es dir an einem anderen Beispiel erklären. Und du wirst den BMI-Rechner natürlich trotzdem als Übungsaufgabe programmieren. Die Formel bekommst du am Ende. Wir erstellen ein neues Projekt. Dieses Projekt nenne ich Kontrollstrukturen. Und wir erstellen in unserem Source-Ordner des Projekts eine neue Klasse mit dem Namen if-else. Die Startmethode lassen wir uns wieder generieren. Und wir legen los. Wofür brauchen wir jetzt die sogenannte Verzweigung? Wir brauchen eine Verzweigung, um in unserem Programm auf unterschiedliche Zustände oder auf unterschiedliche Benutzereingaben auch jeweils unterschiedlich reagieren zu können. Das heißt, wenn eine Bedingung erfüllt ist, dann soll folgendermaßen mit dem Code fortgefahren werden. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann eben auf eine andere Art und Weise, also ein anderer Code-Block ausgeführt werden. Wir fangen an, indem ich dir den Boolean erkläre. Ein Boolean ist wieder ein primitiver Datentyp. Und ein Boolean gibt immer ein Wahrheitswerk zurück. Das heißt, ein Boolean kann immer True oder False annehmen. Ich nehme jetzt mal Boolean ist positive. Und dieser Boolean soll mir jetzt praktisch True zurückgeben, also den Wert True annehmen, wenn die Zahl positiv ist. Wann ist eine Zahl positiv? Immer wenn sie größer oder gleich Null ist. Das heißt, wir können jetzt hier schreiben, ist gleich 3 ist größer gleich Null. Dann wird dieser Boolean den Wert True annehmen. Wir können uns auch ein Boolean ausgeben lassen. Ist positive. Und du siehst, wir haben in der Konsole den Wert True. Schreibe ich ein Minus davor, haben wir den Wert False. Okay, so weit, so gut. Ein Boolean kann also immer den Wert True oder False annehmen. Jetzt lernen wir das If-Else-Statement kennen. Ein If-Else-Statement schreibt man folgendermaßen. Als erstes kommt das Schlüsselwort. If, dann in Klammern eine Bedingung, die erfüllt sein muss. Und in geschweiften Klammern dahinter der Code-Block, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wenn du hier das Ganze abtippst, dann siehst du schon, dass Eclipse dich dabei unterstützt. Das heißt, sobald du hier die öffnende Klammer schreibst, wird automatisch die schließende ergänzt. Mit Tab springst du hinter die schließende, schreibst dann die geschweifte Klammer, die erste. Und sobald du Enter drückst, wird die zweite auch automatisch ergänzt. Okay, so weit, so gut. Damit wir in diesen Block hier reinspringen können, also damit Java diesen Block, diesen Code ausführt, muss diese Bedingung erfüllt sein, also true ergeben. Unser Boolean ist jetzt in dem Fall true, das heißt, wir können hier sagen, if is positive, dann Systemausgabe, Bedingung ist erfüllt. Wir geben das Ganze einmal aus und wir sehen, wir kommen in diese Schleife rein. Ist die Bedingung nicht erfüllt, dann ignoriert Java einfach diesen ganzen Block, das heißt, Bedingung nicht erfüllt, Java springt hier einfach drüber und fährt weiter im Text, arbeitet alles von oben nach unten ab, wie gewohnt. Wir können jetzt auch ein sogenanntes Else-Statement schreiben, dahinter wieder die geschweiften Klammern, und der Else-Code-Block wird ausgeführt, wenn die Bedingung eben nicht erfüllt ist. Das heißt, wir können jetzt als Beispiel hier sagen, Zahl ist positiv, Zahl ist negativ. Wir testen das Ganze einmal. Gut, unsere Zahl ist positiv, das stimmt. Wenn ich jetzt hier Minus eingebe, dann ist unsere Zahl Minus 3 negativ. Okay, so weit, so gut. Wir können auch in unsere Klammern hier direkt eine Bedingung reinschreiben, das heißt, wir müssen dafür nicht extra den Boolean deklarieren und anlegen. Das heißt, wir können auch uns vom Benutzer eine Zahl eingeben lassen. Ich deklariere als erstes eine Integer-Number und einen Scanner. Scanner, Scanner, gleich New Scanner, das kennst du schon. Übergeben System.in Dann soll unser Benutzer eine Zahl entgeben. Und diese Zahl soll von unserem Scanner entgeben genommen werden und in der Variable Number hier gespeichert werden. Also Scanner.nextint. Okay, das heißt, wir können jetzt hier in unserem if-else-Statement sagen, if Number größer gleich 0, dann ist die Zahl positiv. Ist das nicht der Fall, muss die Zahl negativ sein. Bitte eine Zahl entgeben. 4, Zahl ist positiv. Bitte eine Zahl entgeben. Minus 1, Zahl ist negativ. Geben wir 0 ein. Ist die Zahl auch positiv. Okay, das passt soweit. In unserer Bedingung hier haben wir jetzt hier im Endeffekt eine einfache mathematische Operation durchgeführt und wir können jetzt auch unsere if-Schleife ergänzen. Mit ergänzen meine ich, wir können mehrere Bedingungen abfragen. Das heißt, wir wollen jetzt in unserem Fall abfragen, ist die Zahl größer 0, kleiner 0 oder ist die Zahl gleich 0. Das heißt, wir sagen jetzt if, dann unsere Number gleich gleich 0. Mit einem Doppel ist gleich, kannst du Zahlenwerte vergleichen. Wenn unsere Zahl 0 ist, dann Systemausgabe Zahl ist 0. Und jetzt sagen wir hier eben, statt einem else und dann den geschweiften Klammern, das else würde ja immer ausgeführt werden, sobald diese Bedingung hier oben nicht erfüllt ist. Aber wir wollen jetzt hier eine weitere Bedingung prüfen. else if number größer 0 dann sysort Zahl ist größer als 0 und dann kommt unser else-Statement, denn wenn weder die erste noch die zweite Bedingung erfüllt sind, dann muss die Zahl kleiner als 0 sein. und wir sagen else Zahl ist kleiner als 0. Wir überprüfen das Ganze einmal. Mit einer Zahl hingeben, minus 1 Zahl ist kleiner als 0. Wir geben die 0 ein, Zahl ist 0 und wir geben die 3 ein, Zahl ist größer als 0. Das heißt, jetzt können wir schon in Abhängigkeit von der Eingabe unseres Benutzers auf drei verschiedene Arten und Weisen, auf drei verschiedene Wege reagieren. Diese if-Abfragen, die kann man auch ineinander verschachteln. Ich zeige dir das Ganze jetzt anhand eines Logins. Das heißt, als erstes erstellen wir ein String-UserName, ist von mir aus admin, String-Password gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir noch einen weiteren String, und zwar Entered-UserName und den String Entered-Password. Wie du hier siehst, müssen wir nicht immer eine neue Zeile schreiben, sondern wir können auch mehrere Strings hier hintereinander deklarieren. Dann brauchen wir einen Scanner. Dem übergeben wir es erst dem Punkt in. Und wir fordern jetzt unseren Benutzer auf, bitte Username eingeben. So. Dann soll diese Username entgegengenommen werden, das heißt Entered-UserName gleich Scanner.next String. Okay, so weit, so gut. Jetzt wollen wir als nächstes prüfen, ob denn der Benutzer wirklich admin eingegeben hat. Das heißt, nur wenn der Benutzer auch wirklich hier unseren korrekten Username eingegeben hat, nur dann brauchen wir ihn auch nach dem Passwort zu fragen, denn wenn der Username schon nicht stimmt, dann schlägt der Login sowieso fehl. Das heißt, als erstes gehen wir jetzt hier wieder in eine Schleife rein, äh, in eine Schleife, in eine if-Bedingung und sagen, if Entered-UserName, also wenn unser eingegebener Username, und jetzt zeige ich dir, wie du zwei Strings vergleichst, zwei Strings vergleichst du nicht wie, wie wir es eben hatten mit Zahlen, Zahlen vergleichen wir mit einem Doppel-Isgleich, Strings vergleichen wir mit der Methode Punkt Punkt Equals. Und es gibt hier zwei Methoden, und zwar einmal Equals und EqualsignoreCase. Bei der Methode Equals wird eben der String verglichen, ob er exakt die gleichen Zeichen enthält, wie der zu vergleichende String, und bei EqualsignoreCase wird der String verglichen, es wird aber die Groß- und Kleinschreibung ignoriert. In unserem Fall ist uns die Groß- und Kleinschreibung wichtig, das heißt, wir sagen Punkt Equals und unser Objekt, das jetzt verglichen werden soll, ist der Username. Also, wenn EnteredUserName, der eingegebene Benutzername, gleich ist, Punkt Equals, mit unserem fest hinterlegten Username Admin, dann Passwort abfragen, und wenn nicht, das können wir schon mal programmieren, wenn der nicht gleich ist, dann können wir direkt eine Systemausgabe machen und sagen, Username ist nicht vorhanden. So. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine neue If-Bedingung in unserer If-Bedingung. Also fordern wir unseren Benutzer auf, das Passwort einzugeben. und auch dieses Passwort nehmen wir entgegen, EnteredPassword gleich Scanner Punkt Next und wir wollen dieses Kennwort jetzt vergleichen. das heißt If unser EnteredPassword Punkt Equals mit unserem hinterlegten Passwort dann Login erfolgreich Wenn das nicht der Fall ist, haben wir eine Systemausgabe und die heißt Passwort nicht korrekt von mir aus. Und was ist der Login erfolgreich? Da machen wir jetzt auch eine einfache Systemausgabe und die sagt Login erfolgreich. Okay. Ich erkläre dir das Ganze jetzt nochmal. Dann wirst du das auch relativ schnell verstehen. Wir haben jetzt hier unsere If-Abfrage. Die If-Abfrage prüft, ist der eingegebene Username, der wird hier oben entgegengenommen, ist der eingegebene Username identisch mit unserem hinterlegten Username, also mit unserem Username Admin. Ist das der Fall, dann wird der Benutzer aufgefordert sein Passwort einzugeben, das Passwort wird entgegengenommen und wir haben eine neue Prüfung und zwar prüft diese If-Bedingung ist auch das eingegebene Passwort identisch mit unserem hinterlegten Passwort. Ist das der Fall? Ist der Login erfolgreich? Ist das nicht der Fall? Ist das Passwort nicht korrekt? Wenn schon der Username oben nicht korrekt ist, dann ist der Username nicht vorhanden und wir gehen direkt aus der Schleife raus. Okay, wir wollen das Ganze einmal testen. Also bitte Username eingeben, Admin, Passwort eingeben, 12345 sage ich jetzt mal, Passwort nicht korrekt. Username ist nicht vorhanden und jetzt gebe ich einmal alles korrekt an und wir sehen, der Login ist erfolgreich. So verschachtelst du deine If-Abfragen. Das heißt, du prüfst als erstes, ist deine Bedingung erfüllt und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann prüfst du, ob eine weitere Bedingung erfüllt ist. Bevor du jetzt gleich von mir vier Übungsaufgaben bekommst, will ich dir noch kurz was Neues beibringen und zwar haben wir gesagt, wenn wir Strings vergleichen wollen, dann verwenden wir die Methode Punkt Equals. Haben wir oben schon angewendet. Wenn wir Charakter oder Zahlen vergleichen wollen, dann verwenden wir ein Doppel ist gleich. Das ist wichtig zu wissen. Und jetzt gibt es noch mehr Möglichkeiten. Wir stellen jetzt kurz eine Zahl A und eine Zahl B und du kannst jetzt als Beispiel in deiner If-Bedingung prüfen, wenn die Zahl A gleich 1 ist und gleichzeitig eine zweite Bedingung erfüllt sein muss, das heißt, und gleichzeitig die Zahl B gleich 2 ist, dann tue was auch immer. Das heißt, mit diesem logischen und verknüpfst du beide Bedingungen und es müssen praktisch beide erfüllt sein, nur dann wird der Code auch ausgeführt. Also wenn die Zahl 1, wenn die Zahl A 1 ist und die Zahl B 2, dann führe folgenden Code aus. Und das gleiche gibt es noch mit einem oder. Das heißt, du kannst sagen, wenn die Zahl A gleich 1 ist oder die Zahl B gleich 1, dann tue was auch immer. Diese beiden senkrechten Striche, die machst du mit Alt-Gr und dann die Taste, mit der du ein kleiner oder größer Zeichen machst. Damit kannst du dieses Oder machen. Damit kennst du jetzt die Basics zum Thema Verzweigungen und ich habe jetzt für dich vier Übungsaufgaben, die du abarbeiten kannst. Die IF-ELS-Verzweigung ist sehr wichtig und um die kommen wir ab jetzt nicht mehr rum. Okay, gehen wir es kurz durch. Aufgabe 1, entwickle einen BMI-Rechner, die Daten sollen über die Konsole wieder eingelesen werden und das Ergebnis entsprechend ausgegeben. Die Formel ist Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat. Viel Spaß. Dann Aufgabe 2, entwickle ein Programm, das den Benutzer zur Eingabe seines Alters auffordert und dann soll das Programm ausgeben, ist der Benutzer volljährig oder nicht. Ist der Benutzer nicht volljährig, dann soll zusätzlich ausgegeben werden, in wie vielen Jahren der Benutzer volljährig wird. Aufgabe 3, entwickle ein Programm, das den Benutzer zur Eingabe seines Alters auffordert und dann soll ausgegeben werden, inwiefern der Benutzer mit seinem Alter strafunmündig, bedingt strafmündig oder vollstrafmündig ist. In den Klammern seht ihr jeweils, welche Eigenschaft auf welches Alter zutrifft. Aufgabe 9, entwickle ein Programm, das den Benutzer auffordert, einen beliebigen Buchstaben einzugeben. Ich habe dir oben gezeigt, wie du einen Charakter vergleichen kannst, ob er ein bestimmtes Zeichen praktisch im Charakter gespeichert ist. In diesem Fall nimmst du bitte trotzdem ein String, das heißt, du nimmst den eingegebenen Buchstaben als String entgegen, denn der Scanner kann keine einzelnen Charakter entgegennehmen, wir müssten da den String umwandeln und das haben wir noch nicht gelernt. Kommt aber noch in den nächsten Lektionen. Du kannst noch mehrere Zahlen Kommentare in deinem Code schreiben, indem du am Anfang und am Ende sagst jeweils Slash Sternchen und am Ende Sternchen Slash, dann wird alles dazwischen auskommentiert. Okay, mach die Übungsaufgaben, tüftel dich dadurch, eventuell lohnt es sich auch, neue Klassen dafür zu erstellen, Übungsaufgabe 1334 und wir sehen uns gleich bei der Verbesserung. Wir verbessern die Übungsaufgaben, ich habe hier ein neues Projekt erstellt mit dem Namen Übungsaufgaben und hier meine ganzen Klassen erstellt, in der ich jeweils eine Übungsaufgabe drin habe. Ich habe alles vorprogrammiert, damit es nicht zu lange dauert. Aufgabe 1, Entwickler im BMI-Rechner, Daten sollen über die Konsole eingelesen und das Ergebnis ausgegeben werden. Als erstes habe ich hier die Variablen deklariert, wir brauchen alle Zahlen als Double, denn es können kommerergebnisse herauskommen, also Größe, Gewicht, BMI, dann den Scanner erzeugt, dann kommen die Benutzereingaben, das heißt, wir fragen unseren Benutzern nach der Körpergröße und der Scanner nimmt das Ganze entgegen, speichert es in der Variable Height, dann fragen wir das Gewicht ab, speichert es in der Variable Weight und wir berechnen den BMI, indem wir eben die Formel anwenden. Danach eine einfache Systemausgabe, ihr BMI beträgt plus den BMI. Wir testen es einmal, Größe in Metern, ich bin 180, ich wäge 84,5 Kilo, BMI beträgt 26, das ist glaube ich schon fast übergewichtig, toll. Dann die zweite Aufgabe, Prüfung der Volljährigkeit, oben immer das Statement zum Import vom Scanner, wir haben wieder unsere Variable, das Alter und unseren Scanner, der Benutzer wird aufgefordert, das Alter einzugeben, der Scanner nimmt es entgegen und speichert es in unsere Variable und dann haben wir hier unsere If-Else-Verzweigung, das heißt, wir fragen ab, wenn das Alter größer oder gleich 18 ist, denn ab 18 ist man ja schon volljährig, also muss 18 eingeschlossen sein, also größer gleich, dann, sie sind volljährig, als Systemausgabe, sollte dem nicht so sein, dann, sie sind nicht volljährig und sie werden in 18 minus H, ja, ein volljährig 18 minus H deshalb, denn das ist ja die Differenz, die noch fehlt, bis man dann 18 ist. Okay, Aufgabe 3, hier könnte man theoretisch noch abfangen, dass der Benutzer keine negativen Zahlen oder die 0 eingibt, das heißt, du könntest oben noch eine weitere If-Abfrage machen, also wenn die Eingabe 0 oder kleiner 0 ist, ist dann Fehlermeldung. Dann Aufgabe 3, hier habe ich das auch mit eingebaut, Prüfung der Strafmündigkeit, wir haben eben das gleiche, wieder unser Alter, den Scanner, der das Alter entgegen nimmt und wir haben jetzt hier als If-Alt-Verzweigung, wenn das Alter kleiner gleich 0 ist, also wenn praktisch eine 0 oder eine niedrigere Zahl, also eine negative Zahl eingegeben wird, dann Fehlermeldung, das Alter muss mindestens den Wert 1 haben, nächste Prüfung, also die nächste Bedingung wird geprüft, und zwar, wenn das Alter größer als 0 ist und gleichzeitig, wenn das Alter kleiner 14 ist, dann ist man strafunmündig. Hier muss deshalb ein kleiner hin und kein kleiner gleich, denn sobald man 14 ist, ist man ja bedingt strafmündig, das heißt, es fällt schon in die nächste Abfrage mit rein. Also nächste Abfrage, wenn das Alter größer oder gleich 14 ist und das Alter kleiner als 18 ist, dann, sie sind bedingt strafmündig. Else, also wenn praktisch eine höhere Zahl, mindestens aber die 18 eingegeben wird, dann, sie sind voll strafmündig. Alter eingeben, 17, sie sind bedingt strafmündig, passt. Dann die letzte Aufgabe, denke ich, war die anspruchsvollste. Wir haben hier folgendes, ein Buchstabe soll eingegeben werden und es soll geprüft werden, ist diese Buchstabe ein Vokal. Wir haben hier unseren String Random Character, ich habe dir ja gesagt, vorhin, mach das Ganze bitte als String, nicht als Character und unseren Scanner wieder erzeugt, dann haben wir die Benutzereingabe, das heißt, bitte einen beliebigen Buchstaben eingeben, der Scanner nimmt das Ganze entgegen, speichert es in Random Character und wir haben hier unsere If, Else Verzweigung. Unsere Bedingung lautet also wie folgt, wenn die eingegebene Zahl ein A, ein E, ein I, ein O oder ein U ist, das sind ja die Vokale, dann definieren wir das Ganze als Vokal. Das heißt, If Random Char, wenn unser Eingegebener Buchstabe Punkt Equals, er wird verglichen, also wenn er gleich ist mit dem hier übergebenen Zeichen, mit dem hier übergebenen String, mit dem A, oder, also hier das ODER Statement, der ODER Vergleich, dann, oder eben ein E, ein I, ein O oder ein U, dann, der eingegebene Buchstabe ist ein Vokal, Else, also wenn dem nicht so ist, dann, der eingegebene Buchstabe ist kein Vokal. Geben wir ein I ein, eingegebene Buchstabe ist ein Vokal und ein W, der eingegebene Buchstabe ist kein Vokal. Okay, das war es soweit zu dieser Lektion. Im nächsten Video und in den nächsten Videos werden wir uns mit Schleifen beschäftigen. Das heißt, wie können wir dafür sorgen, dass bestimmter Code immer wieder oder mehrmals hintereinander durchgeführt wird, solange bis eine bestimmte Bedingung eintrifft. Damit lassen sich dann auch viel mehr Dinge ermöglichen. Zum Beispiel können wir dann, wenn wir ein Wort haben, jeden Buchstaben einzeln prüfen. So lassen sich zum Beispiel Programme schreiben, bei denen der User was eintippt und die Anschlagsfehler werden gezählt oder sowas. Und wenn wir uns dann in den nächsten Lektionen auch mit Listen und Arrays beschäftigen, dann können wir auch wesentlich mehr Variablen Variablen in unserem Programm effektiv verarbeiten, Objekte und Eingaben sortieren, ordnen, etc. Also bleib weiter dran. Wenn dir der Kurs und das Video gefällt, hinterlassen wir gerne positive Bewertung und ein Abo. Solltest du irgendwelche Probleme oder Fragen mit dem Code haben, einfach einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.